Ja, das reicht, wenn du zwei Zentimeter an mir vorbeireitest, solange du nicht über mich reitest. So, guck nach vorne. Ja, lächeln, reiten macht Spaß. Okay, und nach außen? War es besser? Ja, das ist also nicht ganz so deutlich, aber ich war gerade abgelehnt, muss ich gestehen. Okay, äußere Zügel ran, innerer Zügel ein bisschen hoch, denken auf den Ohr. Yes, hast du es gefühlt? Hast du es gerade gefühlt? So, jetzt noch einmal wunderschön. Ja, gut, girl.